Wir sind Stars geworden, nicht wegen euch, sondern weil das Publikum unsere Filme toll fand. Erst dann habt ihr darüber berichtet. 2000 habe ich einen Film produziert auf Herz und Nieren mit vier tollen jungen Schauspielern. Steffen Wink war dabei, Nils Bruno Schmidt, Martin Glade und Thierry van Werbeke, der leider gestorben ist. Und wir haben versucht, jetzt Berichterstattung zu bekommen, medial, also in den Printmedien, in Magazinen, im Fernsehen. Und alle haben gesagt, nee, die sind zu unbekannt. Dann habe ich gesagt, aber ihr beschwert euch doch immer darüber, dass hier keine Stars haben in Deutschland. Ihr könnt doch mithelfen, sie zu Stars zu machen, indem ihr ihnen die Chance gebt und darüber berichtet. Nee, so läuft das leider nicht. Die müssen erst bekannt sein. Und deswegen habe ich mich immer geärgert, wenn in den Medien gesagt worden ist oder so diese Attitüde oder vorgeherrscht hat, ja, wir haben die doch zu Stars gemacht. Und dann habe ich immer gesagt, das stimmt nicht. Ihr habt erst über uns berichtet, als wir Stars waren.